Hallo und guten Abend zusammen, haben Sie heute schon konsumiert? Bestimmt, weil konsumieren gehört zum Leben, konsumieren ist sein, wer konsumiert, wer ist, könnte man sagen, in Erlehnung an Dekat. Dummerweise hat das Konsumieren auch Nachteile, dass selbst Stofftrömen, Bewegung, die Produkte verbrauchen, Energie, wenn sie gemacht sind, sie müssen transportiert werden, Materialien werden gebraucht und so weiter und so weiter. Sie kennen die ganze Geschichte, am Ende führt es zur Umweltzerstörung und zur Zerstörung von Ökosystemen. Man sagt, dass etwa 60 Prozent der Wirtschaftsleistung durch privaten Konsum erbracht werden, das ist in den Ländern ein bisschen unterschiedlich. Wo könnte man sagen, 60 Prozent der Umweltschäden kommen dann eben auch aus privatem Konsum und da sind Sie ja nicht unbeteiligt. So ist es in den letzten zehn Jahren ungefähr das Stichwort von der Konsumentenverantwortung in die Welt gekommen. Wir Konsumenten, ich bin ja auch einer, nicht nur Sie, wir Konsumenten sind ja dann vermeintlich verantwortlich für die Umweltprobleme, weil mit unserem Konsum ja all das passiert, Materialverbrauch, Biodiversität, Treibhausgase und so weiter. Und wenn wir verantwortlich sind, dann sagt das Verursacherprinzip, dann müssten wir die Sache doch auch richten. Wir sollten etwas tun, damit die ganze Sache umweltverträglicher ist. Wir sollten es anders konsumieren. Wir haben sogar, sagen manche, den Schlüssel zur Lösung aller Probleme in der Hand. Der Konsument sei, hier wird man häufiger, sowas wie ein schlafender Riese. Er hat Macht, er hat eine Riesenmacht. Dummerweise übt er die Macht nicht aus, sondern er schläft einfach vor sich hin. Sprich, jeder Konsument kauft ein, wie es ihm oder ihr beliebt. Und diese Macht, die Konsumenten hätten, um vielleicht durch nachhaltigen Konsum, durch umweltbewussten Konsum das ganze Wirtschaftssystem in die Richtung zu ziehen, wo viel weniger Umweltprobleme erzeugt werden. Ich glaube, dass diese Erzählung so nicht aufgeht. Und dazu zwei Argumente. Zuerst kommt das schwache und dann kommt das, wo ich glaube, dass das stärker ist. Das schwache Argument ist, glaube ich, dass einfach das amerikanische American Way of Life-Modell mit einer quasi unbegrenzten Aussicht auf immer mehr Konsum, dass das so attraktiv ist weltweit, dass es quasi zum globalen Erfolgsmodell geworden ist. Aus dem Modell global rauszukommen hat, für sehr unwahrscheinlich. Es ist kein strenges Argument, das weiß ich wohl. Ich halte es aber für sehr unwahrscheinlich. Ich sehe auch andere Probleme, beispielsweise mit der Stabilität. Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit wollen wir ja dauerhaft haben. Aber Konsumentenverhalten ist schwankend. Es gibt Modewellen. Und spätestens, wenn eine Generation mal komplett auf Nachhaltigkeit umgestellt hätte, was würden die Kinder machen? Alles anders. Also ich zweifle damit, ob wir auf diesem Weg Konsumentenverantwortung das Problem lösen würden. Jetzt kommt das starke Argument. Und das starke Argument geht ungefähr so. Für mich ist die Sicherstellung von Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit eine politische Aufgabe, eine öffentliche Aufgabe. Es geht darum, dass wir uns als Gesellschaft zukunftsfähig machen, als Menschheit, als Zivilisation. Und eine solche öffentliche Aufgabe, eines wirklich ungeheuer großen Anspruchs, ich finde, die dürfen wir nicht bei den Konsumentinnen und Konsumenten einfach abladen. Ich empfiehle das als ein Missbrauch der Konsumenten, wenn gesagt wird, ihr seid schuld, also sollt ihr es auch machen. Da wird nur verdeckt, da werden die Augen davor verschlossen, dass keineswegs die Konsumenten einfach so schuld sind. Denn keiner erinnert daran, dass die Konsumenten ja in einem System arbeiten, in einer Wirtschaft, in einer Gesellschaftsform leben, wo eben diese Dinge eben so und so geregelt sind, wo zum Beispiel durch die Besteuerung einfach bestimmte Anreize gesetzt werden, in einer Gesellschaft, wo nachhaltigkeitsförderliches, umweltverträgliches Handeln irgendwie erst einmal mühsam ist, schwer ist, oft mehr kostet. Es macht Arbeit und es gibt ja manche Felder, da muss man richtig verzichten, um nachhaltig zu sein. Also es wird sozusagen von den Konsumenten eine Art Opfer erwartet. Das Opfer soll erbracht werden für die Umwelt und so formulieren das ja auch die Medien oder auch manche Wissenschaftler immer wieder, wir sollen Opfer etwas für die Umwelt tun. Meine ideale Welt wäre eine andere, wo wir Rahmenbedingungen haben, zum Beispiel über die Steuergesetzgebung, aber auch über viele andere Regularien, wo man einfach so nach Lust und Laune, nach seinen persönlichen Vorlieben, Präferenzen, Wünschen konsumieren kann und es ist quasi automatisch schon nachhaltig. Dafür müsste man aber die Wirtschaft umbauen, dafür müsste man die Regeln ändern, die Anreizsysteme verändern und das ist dann wieder auf eine politische Aufgabe. Da komme ich wieder zu diesem Punkt der Politik zurück. Also ich glaube, die Rede von der Konsumentenverantwortung trifft höchstens 50% des Problems. Die anderen 50%, 50-50 ist hier ein bisschen willkürlich, aber Sie verstehen, was ich meine, die anderen 50% gehen auf das Konto gesellschaftlicher Regeln, Standards, Anreizsysteme, Besteuerung, Bepreisung und alle diese Geschichten. Ja, und wer soll das dann regeln? Jetzt denken vielleicht manche von Ihnen, ich würde jetzt darauf auskommen, die Politik soll es regeln. Das tue ich aber so nicht, denn wenn ich sagen würde, die Politik, wer ist die Politik, ist immer weit weg. Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Die Politik ist weit weg, ob sie nun in Berlin sitzt oder in Stuttgart hinter den Sieben Bergen, das ist ganz ideal. Die Politik, ich habe schon die Formulierung gesagt, es ist weit weg, es wird abgeschoben auf etwas, was weit weg ist und uns nichts betrifft, auf etwas, was weit weg ist und man auch gerne beschimpfen kann, weil es ja so weit weg ist. Nach meiner Auffassung ist die Politik nicht in Berlin und in Stuttgart, sondern die sitzt hier im Raum. Sie sind sehr souverän. Sie haben als Bürgerinnen und Bürger das Heft in der Hand. Und so würde ich sagen, neben der Konsumentenverantwortung, die ich ja gar nicht leugnen will, aber wo ich nur vor einer Übertreibung warne, neben der Konsumentenverantwortung ist hier vor allem die Bürgerverantwortung gefragt, unser Staatswesen, unsere politische Ausrichtung, unsere Wirtschaftsordnung in eine Richtung zu drücken, damit der ganz normale Konsum ganz normal nachhaltig wird. Danke. Dann würde ich gleich mal weitermachen und da direkt nach anschließen, was Anne Kuhnwald gesagt hat. Es geht hier ja im Prinzip, das ist deutlich geworden, um etwas wie Verantwortung. Verantwortung für nachhaltige Entwicklung, Verantwortung für nachhaltigen Konsum, Verantwortung für eigenes Handeln und auch die Folgen dieses Handelns für Umwelt und Gesellschaft, um es mal ganz einfach auszudrücken. Und in diesem Sinne ist Verantwortung das zentrale Element. Es geht in die Frage dem Schreiben der Verantwortung zu und wie können wir das umsetzen. Und in diesem Sinne würde ich die These von Armin Kuhnwald durchaus teilen, dass es zu kurz springt, quasi den Konsumenten einen Großteil dieser Verantwortung zu übertragen. Das Politische muss dazukommen, wie auch immer das Politische dann aussieht, ist ja gerade ausgeführt worden, das heißt nicht nur die Politik, sondern auch der politisch mündige Bürger. Das muss sozusagen zusammenkommen, eine gemeinsam geteilte Verantwortung, auch deren Umsetzung für nachhaltigen Konsum. Diese These würde ich teilen. Mein Punkt ist aber, ich würde zu dieser Dualität der Verantwortung gerne noch einen dritten Aktuell dazu holen wollen, wenn ich die Unternehmen, die nach meiner Meinung eine vergleichbare Verantwortung auch haben für nachhaltige Entwicklung, für nachhaltigen Konsum. Insofern würde ich dann nicht von einer 50-50-Aufteilung sprechen, sondern quasi von einer dritten Lunge in dieser Logik. Also dem Unternehmen kommt erhebliche Verantwortung zu. Sie sind verantwortlich für die Produkte, die hergestellt werden, die sie dann alle und hier alle konsumieren, für die Charakteristika, die Folgen und Nebenfolgen, positiven, negativen Folgen dieser Produkte. Da sehe ich eine klare Verantwortung auch auf der Unternehmensseite. Sie sind auch verantwortlich, sehr unmittelbar für die Art und Weise, wie diese Produkte hergestellt werden. Also insofern beides relevant für Nachhaltigkeit und auch nachhaltigen Konsum. Das heißt, es geht um sowas wie eine geteilte Verantwortung auch auf dieser Ebene. Also die Unternehmen sind einzubeziehen in all das, was angesprochen worden ist, Rahmenbedingungen und so weiter. Wenn wir uns jetzt dieses Verhältnis zwischen Produzenten und Konsumenten anschauen, dann gibt es da eine ähnliche kontroverse Debatte, wie sie Konsumenten und Staat oder Politik betrifft. Auf der einen Seite stehen diejenigen, die Konsumenten verantworten, die Ökonomen nennen, das gerne auch Konsumentensouveränität betonen. Das heißt, die Aussage, dass im Grunde der Konsument letztlich entscheidet, welche Produkte und welche Güter und Dienstleistungen produziert werden, auch in welcher Menge, durch seine Präferenzen, die über Kaufentscheidungen zum Ausdruck kommen, und durch Bedürfnisse und so weiter. Das ist eine klassische ökonomische Sichtweise auf das Ganze, findet auch in ökonomischen Modellen seinen Ausdruck. Das Problem ist nur, dem liegen dieser Aussage sehr weitreichende Annahmen zugrunde. Ich will ja nicht in Details gehen, aber das sind so Dinge wie, es gibt vollständige Konkurrenz, es gibt keine Marktmacht, die Konsumenten sind informiert über die Charakteristika, die Folgen der Produkte, die sie kaufen. All solche idealtypischen Dinge, an denen man dann vielleicht so eine Art von Prozess sich vorstellen kann, dass die Kaufentscheidungen dann tatsächlich souverän erfolgen. Aber viele wissen, und das ist dann sozusagen auch die Position der Kritiker, diese Annahmen sind natürlich sehr unrealistisch, wie Sie alle wissen. Es gibt Werbung von Unternehmen, wo Kaufentscheidungen beeinflusst werden. Es gibt Marktmacht-Situationen. Wir haben sehr selten so eine vollständige Konkurrenz. Also Unternehmen sind auch in der Lage, Kaufentscheidungen zu beeinflussen, auch die Nutzung von Produkten, die Art und Weise, wie Produkte genutzt werden, zu beeinflussen. Insofern ist diese Konsumenten-Sumabilität oder Verantwortung ein sehr eingeschränktes Konstrukt, wie ich finde, auch relativ unrealistisch. Und wenn man mal daran denkt, dass ja eigentlich viele Konsumentscheidende ja auch Auswirkungen auf Dritte haben, im Grunde auch nicht unbedingt per se ein Wert für sich. Also auch man muss sich mal fragen, ob diese Konsumentensouveränität dann sozusagen immer die Lösung der Probleme ist. Beides kommt zusammen. Sie ist unrealistisch und sie ist eigentlich auch teilweise nicht gewollt. Das heißt, wir müssen diese gemeinsame Verantwortung zwischen Unternehmen, Staat oder Regulator von Marktprozessen und Konsumenten so hinbekommen, dass alle quasi auf einen Weg gebracht werden können und Rahmenbedingungen geschafft werden können, die sie ermutigen, die es erlauben und sozusagen auch die Bedingungen und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass konsumiert und produziert wird in einem Sinne, der in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung sich darstellt. Was auch immer das dann heißt. Wir reden hier über nachhaltigen Konsum oder nachhaltigen Entwicklung. Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie ein nachhaltiges Produkt aussieht. Ihr habt das ja mit euren Beispielen am Anfang auch sehr deutlich gezeigt. Da kann man sich ja sehr motorhaft unterhalten, länger, ob das im jeweiligen Nachhaltig ist und wie sich das vielleicht auch in anderen Kontexten anders darstellen würde. Also insofern mein Plädoyer, quasi diese Dualität in eine Trias zu verwandeln, die Unternehmen dazu zu nehmen und zu versuchen, Rahmenbedingungen dann letztendlich so zu gestalten, dass alle verantwortlich haben können. Da gibt es eine ganze Reihe von Ansätzen dafür, die kennen Sie wahrscheinlich auch. Da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, das können wir sicher dann in der Diskussion machen. Aber da sozusagen angepasste Lösungen zu finden für diese Teilnehmer des Marktgeschehens, die in die richtige Richtung dann weisen können. Das wäre der Punkt, um den es eigentlich geht. Da kann man sich im Detail über viele Dinge unterhalten. Und wir kommen es eben darauf an, diese Verantwortung der Unternehmen noch mal klar deutlich gemacht zu haben. Vielen Dank. Ist Nachhaltigkeit häufig, das Plakat? Ich finde das ganz skurri. Also was ist denn das für ein Reflex, zu sagen, ich habe ein Ziel, ein großes, hehres Ziel für die Welt. Jetzt, hier ist das Geld. Ich hätte es gerne eingepackt. Das kann doch nicht sein. Und auch jetzt in unserer Diskussion, ich hatte versucht, ich hatte mir vorgenommen, mitzuzählen, wie oft sagen wir Konsument oder Konsum. Das kommt tappt, 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 in jedem Satz. Nein, wir sind hier doch nicht als Konsumenten. Wir sind hier erstmal als Menschen. Und alle Sachen, die wir auch tun, müssen konsumieren. Zweifel los. Aber in dem Moment, wo wir das Ziel nachhaltiger Entwicklung schon reduzieren, auf so eine Konsumproduktionslogik, haben wir uns auf unglaublich viel schon eingelassen, was überhaupt nicht sein muss. Und die Absurdität davon, die wird dadurch völlig verschleitet. Ich fand das, wenn ich den Färfer wieder einmal habe. Also, dass man für so ein Produkt damit Werbung machen kann, dass man die Batterie rausnehmen kann. Ich glaube, wir müssen alle wieder den Sinn dafür gewinnen, wie skurril das ist. Natürlich kann man da so ein Ding wie die Batterie rausnehmen. Wie passiert das denn, dass man nicht die Geräte auslacht und im Laden liegen lässt, wo man das nicht kann? Aber was für Mechanismen haben wir uns da schon eingelassen? Ich will ein ganz lokales Beispiel geben, wie man anders als in so einer Konsumentenrolle agieren kann. Das Reparaturcafé in Karlsruhe. Die streuten sich ganz toll dagegen. Einfach nur Konsumenten zu sagen. Die wollen auch ihre Dinge. Klar, schöne, funktionierende, nette Dinge. Aber wenn die kaputt gehen, agieren sie anders, als dass der Marktmechanismus vorsieht. Sie nehmen nicht das nächste Modell, sondern sie reparieren. Und gucken, ob man nicht an, wenn ich noch einen Ersatzteil rausholen kann für das nächste, wenn es wirklich nicht mehr geht. Und man kann bei solchen Aktivitäten gar nicht mehr sagen, da agieren die jetzt in einer Marktlogik oder alles politische Dörfer. Also was anderes? Nein, die agieren da als Menschen und leben eine Kultur der Nachhaltigkeit. Und mein Argument wäre zu sagen, nur wenn sich so eine Kultur der Nachhaltigkeit etabliert, haben wir überhaupt eine Chance, dass die politischen Regularien mit Leben gefüllt werden und auch auf Dauer getragen werden. Also wir können jetzt ja gerade heute Abend schauen, wie es mit dem Brexit aussieht, aussieht, mit dem Brexit ausgeht. Natürlich kann es auch aus jeder Nachhaltigkeitsregulierung wieder solche Schritte rausgehen. Natürlich kann es auch aus jeder Regelung von Marktverantwortung, Schleichwege oder echte Wege hinausgehen. Und nur wenn das Ganze getragen wird von einer Kultur der Nachhaltigkeit, wo die Menschen auch erst mal als Menschen und dann erst als Konsumenten beteiligt sind, erst dann haben wir eine Chance, dass nachhaltige Entwicklung auch wirklich Schwung gewinnt und mit Leben gefüllt wird. Deine Matthcher acting geist Wegeist Wegeist